In die fabelhafte Welt der Amélie versucht Amélie in Paris Dinge geschehen zu lassen. Cleo versucht hingegen in Berlin Dinge ungeschehen zu machen. Wir würden beides gerne können, aber leider können wir es nicht. Und deshalb müssen wir früher oder später akzeptieren und vor allem lernen, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Später finden wir ja auch oft heraus, wozu sie nützlich waren. Cleo wird gespielt von Marlene Lohse. Sie war gemeinsam mit Regisseur Erik Schmidt und einigen anderen aus dem Filmteam in München. Dort haben sie im Monopol in der Schleißheimer Straße dieses wunderbare Leinwandmärchen selbst vorgestellt, damit es nicht zwischen all den Blockbustern im Kino verloren geht. Eine wirklich zauberhafte Geschichte. Wir haben ein paar Ausschnitte. Willkommen in Berlin. In Cleo geht es um eine junge Frau, die versucht, den Tod ihrer Eltern ungeschehen zu machen, indem sie eine magische Uhr findet, die die Zeit zurückdrehen kann. Aber eigentlich geht es um viel mehr. Der Film ist eine ganz fantastische Reise durch Berlin und durch die Geschichte Berlins in Form einer Schatzsuche. Unsere Protagonistin Cleo ist auf der Suche nach einem verschollenen Schatz, den es wirklich gab, den Schatz der Bruder saß und muss da wirklich komplett durch die verschiedenen Schichten Berlins tauchen. Es geht um das Kindsein als Erwachsene, um die Kreativität, die wieder in einem, die man trainieren kann. Und die Magie, die überall auf einen wartet. Und um Berlin. Unter jedem Pflasterstein hier in der Stadt ist ein Schatz verkraben. Das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie. Denkst du dir auch manchmal, ach Gott, dieses oder jenes würde ich gerne rückgängig machen? Ja, aber ehrlich gesagt bin ich gerade ganz froh, dass ich da bin, also wo ich bin, mit den Fehlern, die ich gemacht habe, die nur Möglichkeiten waren, wie man es nicht macht, quasi. Und ich glaube, das gehört einfach dazu. Tatsächlich basiert die Idee überhaupt, Sachen rückgängig machen zu wollen, auf Erlebnisse, die ich hatte, die ich sehr gerne rückgängig gemacht hätte, größere Einschnitte in meinem Leben. Und trotzdem ist ja genau die Reise, die unsere Protagonistin macht, auch gewissermaßen meine Reise, sodass ich jetzt zum Schluss gekommen bin, dass man sich das doppelt überlegen muss, ob man es wirklich, wirklich will und ob es nicht einfacher ist und heilsamer sich mit der Gegenwart anzufreunden. Und egal, welche Fehler man gemacht hat, man erfährt erst später, wofür sie gut waren. Richtig, und das dauert manchmal Jahre. Aber dann wäre man nicht da, wo man ist. Ja, ich meine, wir springen ja mit unserem Film auch in der Zeit hin und her und wir werden vierdimensional. Und ich glaube, wenn man sich ein vierdimensionales Bild von seinem Leben angucken würde, dann würde plötzlich magischerweise alles tatsächlich einen Sinn haben. Also es gibt ja den berühmten Satz, man kann sein Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben. Also ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Sachen, und das kennen die meisten, glaube ich, irgendwas, was in deiner Vergangenheit war, war damals vollkommen unverständlich und du setztest in Relationen irgendwann. Und du verstehst irgendwann, was für einen Grund es hat und wie es dazu kommen konnte. Und insofern, ja, geht es gar nicht darum, alles auf Anhieb zu verstehen, sondern es geht alles irgendwie darum, in dem Moment, den wir haben, in diesem einen Moment das Bestmöglichste rauszuholen, was in uns steckt. Wann habe ich eigentlich aufgehört zu suchen? Kommst du oder kommst du? Hinter der Stahlplatte, da liegt der Schatz, der Brüder saß. Alles okay? Da ist Strom drauf. Während der Dreharbeiten und auch schon davor hast du dich ja mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt und vielleicht auch etwas mitgenommen von diesem Film für dich ins Leben. Was ist das? Also erstmal während der Vorbereitung, ich habe bei dem Drehbuch auch mitgeschrieben und war von Anfang an mit dabei und es war eine sehr intensive Recherche, die wir betrieben haben. Also ich habe Berlin ganz, ganz anders kennengelernt. Ich habe diverse Stadtführungen mitgemacht. Ich bin in den Untergrund gegangen und musste als Stadtführerin natürlich ein gewisses Wissen auch mitbringen über die Stadt. Also ich habe erstens sehr, sehr viel über Berlin gelernt und dann auch eine Menge über mich durch die Arbeit mit Erik, weil viele der Sachen, die wir dort im Film zeigen, das sind Tricks, die könnten wir hier jetzt mit unserer Kamera oder unserer Handykamera selber kreieren. Und es ist nichts, wofür man irgendwie eine große Technik braucht. Also eigentlich geht es darum, die Kreativität wieder in sein Leben zu holen und aktiv zu werden und mutig zu sein, auch Zwischenstände ruhig zuzulassen. Also einfach machen und nicht warten darauf, dass irgendwas passiert, sondern selber aktiv werden. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich, ich würde alles einmal richtig machen. Was hast du zu verlieren? Öffne dein Herz. Es heißt, Cleo ist ein Berlin-Märchen. Warum sollen wir München uns das anschauen? Naja, da gibt es ganz viele Gründe. Und erstes Mal ist es auch ein Märchen Deutschlands letztendlich. Also die Geschichte, die besprochen wird, hat ganz Deutschland betroffen. Und es ist eigentlich deutsche Geschichte, natürlich spielen Berlin. Und dann geht es darum, um eine gewisse Seele, die Berlin eben hat. Es ist eine deutsch-deutsche Geschichte auch. Also die Geschichte Berlins hat mit ganz Deutschland zu tun. Und ich glaube, jede Stadt hat ihren Genius Loki. Das ist aus der griechischen Mythologie eben der Geist oder die Seele des Ortes, die in Form einer Schlange unter der Erde lebt. Und es ist auf jeden Fall sehr inspirierend und reich, sich mit dieser Schlange in Berlin auseinanderzusetzen. Aber auch München hat eine Seele, eine andere, hat andere Sachen erlebt. Auch faszinierend, könnte man genauso gut einen Film darüber machen. Und es hilft einem vielleicht auch, dem Geist des Ortes in seiner jeweiligen Stadt ein bisschen näher zu kommen. Und trotzdem ist es doch mal interessant, auch auf Berlin mit anderen Augen gucken zu können. Ich glaube, in München kennt man wahrscheinlich das Hipster-Berlin, die Partystadt. Und man kennt wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren die Araber-Klan-Hochburg. Ich glaube, das Berlin habt ihr noch nicht gesehen. Ohne Liebe wäre diese Stadt eine Wüste. Hier gibt es noch genügend Schätze und Geheimnisse, die auf uns warten. Was hast du von Cleo über dich gelernt? Mauern einreißen ist immer eine gute Idee. Was hast du von Cleo über dich? Untertitelung des ZDF, 2020